Wie gesagt, ich hab auch keinen Bogen. Mach dir einen. Ja, keine Close. Echt? Nee. Ach, das kann hier nicht richtig sein, Alter. Das geht nicht. Hier ist SIFT 2. Ey, bin ich zu doof oder was? Aber meine Hauptaufgabe ist jetzt erstmal irgendwie Fleisch zu kriegen, weil sonst bin ich hier gleich tot. Ich muss auf jeden Fall irgendwie so ein Schwein finden. Weißt du, was ich gefunden hab? Was denn? Redtown. Was? Redtown. Was ist das denn? Ja, das Ding. Hinter uns. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich bin hier im Zombie-Hügel oder so. Aber hier ist alles voller Radioaktivität. Ich laufe hier Kilometer weit und finde kein einziges Schwein. Weißt du eigentlich, wie mich das ankotzt? Ja. Ja. Oh shit, ich hätte den Typen gerade nochmal nach Essen fragen sollen. Der hätte mir bestimmt was gegeben. Aber wie kann denn jetzt hier Redtown sein? Ich glaube, das ist eher Big Civilian. Das muss Big Civilian sein. Ey, wie gerne ich jetzt einfach nur so ein doofes Schwein finden würde, ne? Ja. Wie viel Hunger hast du noch? Äh, 1100. Das geht ja wenigstens noch. Ich hab noch 400. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Ey, das ist echt nicht leicht, das Spiel. Habst du gut nicht. Also mich nervt nur die Orientierung. Ja, bestimmt. Wenn ich eine Karte hätte, wo ich mich orientiere, im Spiel, wo auch ein Pfeil draufsteht, in welche Richtung ich gerade gucke und wo ich gerade bin, dann wäre ich echt glücklich. Ja, alles kein Problem. Aber sonst so? Weil dann könnten wir sagen, du stehst da, ich bin da, zack, kein Ding. Aber dieses Versuchen irgendwie anhand von irgendwelchen Sachen, die man hier versucht zu erkennen und so einer komischen Online-Karte, das ist echt hart, finde ich. Ich hab ganz viele Bandages, aber die bringen mir auch nicht, wenn ich Hunger hab. Nee. Und Gunpowder. Das ist auch unwichtig. Warte mal, da ist jetzt schon wieder Civilian Desert, glaube ich. Was nicht sein kann, weil das ist auf der ganz anderen Seite. Bist du noch in der Nähe des Lagers wenigstens? Irgendwo ja, ja. Also würdest du es nicht mehr finden? Doch. Ich find grad unser Lager nicht mehr. Doch, ich hab's wieder gefunden. Ich glaub, ich find's auch grad. Ich hab unser Lager wieder. Ja? Ja. Aber ich hab keine Tiere. Ja, ich seh sogar deine Walls. Und du hast gar nichts zu essen, Alter? Nee. Überhaupt gar nichts? Nee. Warum? Ey, ich bin die ganze Zeit am Suchen. Aber ich finde nichts. Noch gleich wieder da. Ich bin jetzt bei deinen zwei Walls. Ja, da bin ich auch gerade. Jetzt sterbe ich ja in Hunger, ey. Das nervt mich aber richtig, ne? Ist auch nichts mehr im Lagerfeuer oder so? Nee. Warte, ich seh dich. Ich komm mal von hinten ran und wir laufen mal zusammen los. Warte, da kommt ein Zombie von rechts. Bist du doch, oder? Ja, ja. Tod? Sehr gut. Shotgun-Patron. Wie viel Leben hast du noch? 82, aber... Na gut, das geht ja. Ich hab so eine Bandage genommen. Ist aber eine gute Idee eigentlich. Was? Also eine gute Taktik, meine ich. Weglaufen, der andere haut drauf. Ja. Guck mal, selbst hier, normalerweise sind hier doch immer... Da ist ein Hirsch, aber an den Hirsch kommen wir nicht ran. Und da ist ein Wolf. Den holen wir uns jetzt. Meinst du, den Wolf kriegen wir zu zweit? Ja. Du lockst ihn an und ich... Ich lock ihn an. Wo hast du drauf? Hau drauf! Hau drauf! Du fühlst dich doch die ganze Zeit schon. Geht doch. Okay, zweimal Rost schicken. Einmal Blut, dreimal Rost schicken. Viermal Rost schicken. Ich renn hier wieder raus, weil ich sterbe hier gerade. Oh, Alter, da kriege ich aber viel. Komm raus da, das ist alles am Radioaktivität. Ja, ja, ich bin... Wie viel Hunger hast du noch? 700. Oh, ich hab noch 130, Alter. Komm mal schnell zurück damit, bitte. Ja. Also, von jetzt ist jemand in unserem Lager. Na ja, dann kotze ich aber in die Ecke. Ist die Tür zu hier? Ja. Ja, komm ich nicht rein. Das ist gut. Komm schnell. Schmeiß die Scheiße in den Ofen. Mach zu. Ich hab ordentlich Steine und so gesammelt. Ziemlich gut. Ich warte, ich ne das erste, ne? Ja. Wenn ich's überhaupt überlebe. Klar überlebst du das. Nacht 50. Komm, koch die Scheiße. Was fehlt noch? Oh, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Machst du nen Bogen für mich? Oder willst du den haben? Nee, du nimmst den Bogen. Wie geht ein Bogen? Äh, brauchst du eigentlich nur ein bisschen Holz und... Aber ich hab das Essen. Oh, ist das geil. Bau, 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 bau. So. Ammo? Hä? Hä? Ich schmeiß das Essen hier rein, ne? Ja. Ich find den Bau nicht. Was ist das denn für ne Scheiße? Da, doch, Hunting-Bau. Ja, hier, komm, YOLO. Der braucht auch nicht so viel. Ne, stimmt. Das reicht sogar noch für die Sachen, die ich craften will. Ich hab dir... ...zwei in Dings gepackt, einer ist noch im Ofen. Ich hab jetzt 1500 wieder. So, hier ist dein Bogen. Okay, und ein paar... Ich brauch noch ein paar Pfeile. Warte, was brauchst du für Pfeile? Arrows. Locker so 5, 6, 7, 8 Stück. Ja, das krieg ich hin. Ich brauch halt Stein und Holz, das ist nicht so viel. Das ist nicht teuer. Ja, dauert eine Minute, dann hast du 8 Pfeile. Das ist gut. Was sagt dein Hunger? Äh, 100, äh, 1500. Ah, das reicht erstmal wieder. Wie gesagt, du hast jetzt noch 3 an Essen. Ja. Und ich geh jetzt gleich wieder auf die Jagd. Das ist gut. Wahrscheinlich werd ich wieder bei Sterben, aber was sollt? Ich hoffe nicht. Du bist hier der Hausmeister. Bin der Obermacher, Alter. Ohne Spaß. Ja, das ist doof hier mit dem Gefälle, ne? Ja, das ist ein bisschen doof. Das hab ich aber auch, äh, mir zu spät überlegt. Na, ich hab's gleich gesagt. Da hab ich ja nicht dran gedacht. Aber lass doch einfach das hier als kleines Lager behalten, weißt du? Mhm. Und wir machen jetzt draußen noch ein richtiges Haus. Okay, auf einer ebenen Fläche, meinst du? Ja. Und das hier ist so ein, so ein, was weiß ich halt, so ein Hof. Okay. Mir macht das Spiel irre Spaß. Ich will das jetzt weiterspielen, ne? Oder, du hast auch noch Bock, oder? Ja. Dann lass uns das einfach weiterspielen. Lange nicht fertig. Warum ist denn jetzt das Feuer ausgegangen? Ja, weil das Holz wahrscheinlich alle ist. Ja. What, 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 what? Was hab ich denn gemacht? Was hast du gemacht? Eins, zwei, drei. Du hast jetzt, ich hab jetzt, ich hab, irgendwie hab ich jetzt 32 Pfeile gemacht. Sehr geil, gib her damit. Eins, zwei, drei und nochmal zwei. Ja, ich glaub, dir kommen immer zehn raus, oder so. Ja, ja. Nee, ich hab acht gemacht. 32, das wären... ...viele. Ja. Machst du mir die Tür auf? Ach so, der Herr ist nicht zu fein, ja? Ja, ich kann leider nicht, ne? So. Soll ich die Tür offen lassen? Nee, mach zu. Okay. Ist sicher. Es wird aber wieder dunkel, ne? Mach Eier. Ja, ich hol die Hirsche. Okay. Da wird gestört. Ich seh. Okay, ich komm zurück. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Und wieder zu. Hallo, wieder zu. Was war das denn? Da schießt jemand da draußen. Mach das. Da hat der direkt Angst, ja? Ja, ich hab die Schüssel kommen sehen. Also nicht auf mich, auf den anderen. Okay, und dann hast du keinen Bock mehr gehabt? Nee, hab ich gedacht, komm, nee. Geh wieder nach Hause. Vor allem, ich bin jetzt... Ich bin jetzt gerade durch die ganze Map gerannt, ne? Ja. Bis auf die zwei Typen hab ich keine Spieler mit Waffen gesehen. Außer den Netten. Und hier in unserer Gegend sind nur Banditen. Hast du noch ein bisschen Animal Fat? Nee, ich hab alles reingepackt hier. Was brauchst du denn da? Was kriegst du denn dafür? Mir fehlt noch genau ein Low-Grade-Fool. Das kann doch nicht sein. Aber, weißt du... Ich will endlich mal so einen Scheiß-Revolver machen. Metall Refragments. Ja, das kriegst du wahrscheinlich, wenn du hier das Ohr in den Ofen tust. Und ich bin gerade dabei, einen Ofen zu bauen. Mir fehlt wirklich ein Animal Fat. Und dann kann ich einen Ofen bauen. Verdammte Scheiße. Siehst du hier irgendwo Metall Refragments? Kannst du Metall Refragments machen? Ja, mit dem Ofen. Höchstwahrscheinlich. Geh ich von aus. Okay. So, ich hau mir mal ein Fleisch rein. Für der 1000. Hier ist noch zwei Fleisch drin. Die bleiben noch erstmal drin. So. Oh, ist doch scheiße, dass jetzt wieder dunkel wird, ey. Wir können einen Schnitt reinmachen. Was könnten wir? Einen Schnitt reinmachen, weil dunkel ist jetzt ein bisschen langweilig, glaube ich. Ja, wäre eine Idee. Ja? Ja. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt rein. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es hell ist. Haut rein. Ja, bis gleich.